Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich, dass wir so einen wunderschönen Tag heute haben. Das Wetter ist wirklich perfekt. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Es ist Anfang Juni, der Sommer steht vor der Tür. Köln ist bereit und ja, ich würde sagen, lasst uns die letzten schönen Abendstunden hier genießen. Das Open Air Festival an der Drehbrüche. Denn unser nächster Singer-Songwriter, der jetzt auf die Bühne kommt, der überzeugt uns mit seiner atemberaubenden Stimme und mit seinem gekonnten Gitarrenspiel. Er hat tatsächlich mehr als 100 selbstgeschriebene Songs und dort verschmilzt Blues mit Volk und erinnert an Bob Dylan und das Feste aus einer langsvergangene Zeit. Ursprünglich kommt er aus den USA, wohnt aber mittlerweile in Köln und möchte auch jetzt uns in seinen Band ziehen. Er ist hier mit seiner Liebe seines Lebens, mit seiner Gitarre und mit einem wunderbaren Style, wie ich finde und er wartet nur darauf loszulegen. Deswegen, meine Damen und Herren, meine Freunde, meine Kölner, ein riesen, riesen, riesengroßen Applaus für T.S. Deal. Vielen Dank. Applaus 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 Musik 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 Judge Musik 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 Thank you very, very much, y'all.